Und da kommt dann. Ha ha, ha ha, du bist schlecht, du bist Loser. Jetzt gib mir meinen Stern, verdammt. Du, du hast mich geschlagen, das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern, du hast ihn verdient. Tja, ich schätze, er hat recht, wir haben uns den Sternen wirklich verdient und haben damit 17 Sterne. Yeah, we go. Freu, 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 freu. Ähm, ja. Ja, komm, komm, komm. Die Leben wurden wieder zurückgesetzt auf 4. Wir hatten ja beim letzten Mal so viele Leben, ich glaube, das waren insgesamt 8 plus 0, ne. Äh, ja. Und ja, ich würde sagen, ähm, wir spielen einfach mal weiter. Und es ist, finde, die 8 roten Münzen. Oh, verdammt. Ho, well, ich hab eine Münze gefunden. Aber ich glaube, hier in dem Level dürfte es auch kein Problem für uns sein, dass wir alle Münzen finden. Ähm. War hier oben irgendwo noch eine? Nein. Oh, hier ist auch gleich eine schöne Stage noch, also ein Level. Ja, aber mehr dazu später. Gut, jetzt müssen wir hier, äh, und, äh, oh, verdammt, jetzt singe ich auch noch mit. Schöne Scheiße. Ähm, hier müsste einer gerade gewesen sein. Sehe ich das richtig? Äh, nee, ich sehe das nicht richtig. Verdammt! Wo sind die verdammten Münzen? Ja, das waren zwei Blau-Münzen. Das hat uns sehr viel gebracht. Hier ist eine Münze. Ähm, nicht da, sondern hier. Ja, können wir hier. Oh, ja. Gut. Ähm, die Box bräuchten wir eigentlich nicht. Aber, ich kann ja trotzdem mal ausprobieren. Ja, ich würde sagen, dann suchen wir mal die restlichen. Äh, wo waren die noch? Oh, verdammt! Gut. Oh, verdammt, jetzt hat... Oh, oh, verdammt. Na, jetzt reicht es mir. Hier ist noch eine Münze. So, immer schön auf dem Pöppes landen. Das dämpft den Auffall. So, weiter geht's. Hier und da. Und da. Nein, wir haben dein Kind nicht gesehen. Verzieh dich. Das haben wir schon erledigt. Warum hat ein Kind eigentlich immer ab? Voll das. Voll das, ähm, ich will jetzt nichts beleidigend sagen, aber... Kann es sein, dass es schlecht erzogen ist? Äh, ich glaube schon. Egal. So, den haben wir noch ganz, ganz sicher gekriegt. Ähm... fehlt aber immer noch eine ich weiß wo die achte ist aber wo ist die siebte bei Buddy da oben ach wir gehen einfach mal zum Buddy ähm äh verdammt so hallo ich mach die Kanone zum Abschluss bereit mit ich bin bereit an rein mit dir in die Kanone selbst ist nein wie mich das auf einmal verklickt und dann ist schon der ganze der ganze Tag versorgt das wird auch am liebsten andere machen aber wir müssen ja das machen ja ja so oh 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 Autsch, Leute, hier runter. Ähm, ja. Ich hoffe, diesmal schmähen sie mich ab, sonst würde ich sagen, wir gehen mit ein anderes Level. Das war Nummer zwei. Oh, jetzt müssten die Kanonen eigentlich aufeinander. Oh, das ist richtig. Sieh, statt richtig. Ja, die zieh, richtig. Äh, oh Gott. Ah, da hast du. Gut. Somit haben wir alle noch zugefunden. Ich, ich, ich. Ihr noch nicht. Aber die werdet ihr gleich sehen. Oh Gott. Und bam. Nicht runterfallen. Okay, das war wieder gut. Überzieben knapp. Oh, jetzt werde ich auch so still. Heute komme ich bis jetzt noch nicht wirklich in einem Lauch rumreden. Also, so gesprächlich fände ich gar nichts an. Habt ihr denn jetzt hier noch mehr Fragen? Oh, das kennt ihr als Tragen. Ich meine, ich will euch ja helfen. Ähm, die erste Ausnahme war wirklich fehl. Das war einfach scheiße. Dann braucht ihr nächstes in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß. Nein, wir haben dein Drecksblach nicht gesehen. Verdammte Scheiße. Boah. So. Und jetzt? Jetzt sind wir gleich mal gemein. Da geht's jetzt erst mal mit dieser verdammte Not hier. Oh, ich. Ich weiß nicht. Boah. Boah. Verdammt. So. die mutter sucht ihr kind und ich würde sagen ja da finden wir mal ein kind für dich bei schwiegermeister und hier für dich das ist nicht mein baby mein baby hat eine weiche zarte stimme und das sieht mir natürlich ähnlich ja hier kannst du halten gut wenn du es nicht haben aaaah jetzt warten bis es hier rausläuft lauf raus ich will ein spiel mit dir spielen ich will nicht oder oder komm 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 nein verdammt ich wollte euch doch das lustigste zeigen ich stelle mich hier mal wieder an ja so wollte ich das doch haben denn wir müssen uns nach dem stern holen und verdammt falscher knopf auf den kontrol oder so fehlerhaft und jetzt habe ich ein bisschen bisschen zu laut das fehlerhaft egal dann teleporten wir uns dafür das ist ja kein problem